H wie Haushalt. Der Haushalt der Stadt Werneuchen befasst sich mit den kommunalen Einnahmen und Ausgaben. Einnahmen sind im Wesentlichen aus Steuern und Abgaben, Umlagen und von übergeordneten Instanzen wie Land und Bund und Fördermittel. Die Ausgaben umfassen einerseits die Ausgaben für die kommunalen Angestellten, das sind Ratwurstmitarbeiter, Hortner, Erzieher, und andererseits die Ausgaben für Investitionen, zum Beispiel in Infrastruktur. Da eine Investition zwar auf der einen Seite eine Ausgabe darstellt, auf der anderen Seite aber einen Wert geschaffen wird, werden diese beiden Größen verbunden, die doppelte Haushaltsführung. Eine Ausgabe in eine Infrastrukturmaßnahme wird demnach zur Einnahme in Form zum Beispiel einer Schule, die als zweifelsohne einen Wert darstellt. Von Sommer bis zum Herbst dauert die Aufstellung des Haushalts. Dabei werden die gefassten Beschlüsse der Stadtverordneten, die Budgetanmeldungen der einzelnen Fachbereiche im Rathaus, Bauamt, Ordnungswesen, Kita und Schule berücksichtigt. Meist wird der Haushalt für das Folgejahr im Dezember in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Darin sind dann auch die Gewerbe- und Grundsteuerhebesätze für das Jahr festgelegt.